Das ist jetzt schon die dritte Runde Dark Souls 2 mit Ingo und Alex von den Donuts und in diesem Mal sind wir in der Pause nicht gestorben tatsächlich. Also läuft ganz gut. Ich habe das Pad extra zu Ingo rübergelegt, weil er kennt sich ein bisschen besser aus und ich glaube trotzdem wird er ziemlich schnell ins Gras beißen. Mal gucken. Achso, es hat sich übrigens rausgestellt, dass das Karmesin-Parma wirklich eine Pizza ist. Ich habe jetzt einen Pizzateller. Ah ja, den nehme ich als Schild. Siehe hier. So, dann machen wir doch mal schauen. Wir haben gerade schon von hinten vom Einflüsterer gehört, dass jetzt der Wald der Riesen kommt, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und da ist dann vorbei mit lustig. Das klingt ungesund. Eine rostige Münze habe ich gefunden. Immerhin. Wer den Pfennig nicht ehrt? Wer macht denn seine Münzen aus Eisen, dass die rosten können? Da könntest du jetzt mal Wikipedia fragen in der Zeit. Mhm, da unten könnte also wahrscheinlich was liegen. So drüber balanciert, richtig? Der Steg ist ein guter Hinweis. Ah, siehste. Wie wir gerade gehört haben, Ingo mag Kisten, also wagt er sich jetzt auch da drüber und kommt an die Kiste. Ins Wasser fallen. Denn wie wir festgestellt haben bei diesem Let's Play, Wasser ist der ärgste Feind, zumindest von den Westfalen. Ich weiß gar nicht mehr, wie da steht's jetzt. Seid ihr immer noch häufiger durch Ertrinken gestorben? Ich hab ein Menschenbild bekommen. Zumindest, also 2-2 in Sachen Ertrinken bestimmt schon, oder? Aber zieh dir bitte mal das Menschenbild jetzt rein. Ich möchte gern, dass wir nicht mehr grün und schimmelig sind, sondern zum Mensch werden und vor allen Dingen auch wieder volle Energie haben. Ja, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt wirklich alleine zocken würde, ohne dich, würde ich es nicht benutzen, weil ich ein totaler, also ich sammle immer erstmal alles und es wird nur im allerschlimmsten Fall was benutzt, weil ich hab nichts dagegen grün auszusehen. Es ist auch Karneval dieser Tage, da kann man das durchaus mal machen. Aber komm, ich zieh es mir rein. So, bitteschön, benutzen. Und siehe da, schon sieht man wieder aus wie Andi Lober von den December Pils, der Sänger. Müsst ihr mal nachgucken, Decemberpils.com oder sowas. Sieht genauso aus. Obwohl, ne, Andi Lober sieht ein bisschen abgegriffener aus. So. Übrigens noch, genau, da hinten liegt noch wieder was in der Leiche rum. Ja, jetzt bin ich aber, genau. Weil ich würde nämlich sagen, man kommt nämlich von da hinten nämlich irgendwann und kann sich das dann holen, weil wenn man hier mal runter guckt, guckt man ziemlich tief. Das ist wirklich, also wenn ihr das Spiel euch besorgt, besorgt euch am besten auch einen Mitarbeiter von diesem Unternehmen. Der sagt euch dann, wenn ihr Quatsch machen wollt, dann winkt er von dem, nein, nein, geht da lang. Ist aber auch schön, dass sie da den Loot so platziert haben, dass man ins Wasser springen möchte. Genau. Weil der gefallene Riesen, da ist es endlich. So, guck mal, und da können wir nämlich jetzt mal, dann würde ich jetzt von hier nämlich reingehen. So, kneifische Kuren, das soll ja auch ganz, ganz gut sein. Zwischendurch mal, so, und zack, nehmen wir. Ein Heimatknochen und eine Seele eines verlorenen Untoten. Kann man alles gut gebrauchen. Du kriegst jetzt direkt mal von mir Props, dass du nicht darauf reingefallen bist, da langzugehen, wo ich langgehen wollte. Das ist alles noch gut zu machen, das ist halt, das finde ich okay. Ich traue mich, nee, ich traue mich da nicht jetzt gerade rüber zu gehen. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weiter. Hier, komm. Ja, guter, guter Klassiker, Leute. Ja, ja, genau, weil, war ja klar, dass da einer mit dem Bogen ist. Oder mit dem Dolch oder sowas und wirft. Fuck, 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 fuck. Ach, das dachte ich mir, das dachte ich, das habe ich da noch. Ich bin kurz vor Eizidus, dring. Das war... Knapp? Knapp. Selbst wenn die Lebensenergie wieder hochgeht, dass sie nicht sofort voll ist, dann erst mal Stück für Stück wieder hochkommen. Das finde ich gut. So, dann wollen wir doch mal schauen. Oh ja, wo ist das Schild? Ist das Schild hinüber? Nee, ich habe die Pizza nochmal gerade in den Ofen geschoben, die Parmasin-Garma. Dann dürfte es ja doch safe sein, einigermaßen da hinten durchzugehen zu dem Ding, oder? Ja. Das ist ja auch eine ganze Menge von dem, was immer so mitspielt bei Dark Souls, in der Tat. Was sich so im Kopf abspielt, was man denkt, was passieren könnte und so. Also, das macht ja, also, man macht ja selbst eine ganze Menge an der eigenen Atmosphäre sogar noch, ne? Ein Leuchtfeuer, nehmen wir. Mach dich doch mal eben nochmal schnell gesund, oder nicht, an dem Feuer? Oder hast du keinen Bock, wegen wiederkommenden Gegnern? Ach, an die sind die noch ganz gut machbar, ne? Wobei, nee, komm, was soll das? Wenn ich nochmal richtig zocke, dann werde ich auch nicht so schnell mich wieder menschlich machen und sowas. Das wird schon alles in Ordnung sein. Ich mach das jetzt mal einfach auf die altmodische Art und Weise. So, wie man es eigentlich nicht machen sollte, denn sowas zu verschwenden ist eigentlich nicht Dark Souls-Style. Gut. Aha, das war ja klar. Ja, ich sehe zwei, ich sehe drei. Da ist jetzt also schon gutes Timing durchaus wichtig. Und wer ist als Erster dran? Ja, das werden wir gleich sehen. Das Ding ist, ich renne bei sowas ja einfach immer rein und gucke, was passiert. Da hatte ich schon bei diversen Spielen ordentlich Probleme dadurch. Mit der Kreistaste kannst du auch so rollen. So, zwei auf einen Streich, so nämlich. Wo ist der Sack, der schießt? Da oben? Das ist ja eine Frechheit. Schnaufpause. Jetzt müssen wir nur einen Weg hoch finden. Ja, da haben wir doch schon eine Treppe. Das sieht doch schon ganz gut aus. Aber da hinten ist noch ein bisschen was, was man nehmen könnte. Und wer ist denn überhaupt er? Wenn du dich mit ihm unterhältst, wirst du garantiert beschossen. Ich habe auch nicht so richtig viel mit unterhalten am Start, scheinbar. Nicht so gesprächlich, der Kollege. Ah, Drecksack. Man ist fast nirgendwo sicher. Das ist einfach super. Für das spannendere Lebensgefühl. Auf jeden Fall. Aber ich muss Ingo zugute halten, er ist noch nicht gestorben. Es waren ja auch nur so eine Handvoll Zombies, ne? Ja, aber es ist trotzdem nicht gut gewesen. Ich wäre da auch trotzdem, wenn ich das so alleine gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich mache die Stelle nochmal. Ja? Ja. Aus persönlichem Stolz. Ja, gar nicht so sehr stolz, sondern weil ich immer denke, ich habe immer zu wenig Energie. Egal, wie viel es ist. Und ich möchte keine Items benutzen, wenn das nicht unbedingt nötig ist. Oh, Breitschwert in Gefahr. Ich wollte fragen, Ingo, dein Schwert ist es noch in Ordnung? Ne, nicht mehr so richtig. Das Breitschwert ist nicht mehr so toll. Ich wollte eigentlich fragen, wenn du jetzt ansonsten Spiele immer so sehr sparsam spielst, ne? Ist es dann am Ende sinnvoll gewesen oder hast du dann total viel Inventory über am Ende? Mal so, mal so. Ich bin immer ganz stolz, wenn dann am Ende doch noch viel übrig ist, weil ich so denke, hehehe, habe ich nicht gebraucht. Schlimm ist es eigentlich, ich finde es eigentlich eine Designschwäche eher schon, wenn man zu wenig, zu wenig hat. Also das muss ein gutes Maß sein. Also bei Demon's Souls und Dark Souls fand ich es eigentlich immer so, dass es ein gutes Maß war. Knackig, aber trotz allem nicht unfair, dass man am Ende viel zu wenig von allem hatte irgendwie. Aber alles in Maßen. Schieß doch, Bruder! Darf man das sagen? Ist ein fantasy Spiel, hat mit der Realität nichts zu tun. Richtig. Gutes Teilen. Ach ja, alles Anfängerglück. Oh, 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 mein Breitschwert ist beschädigt. Das ist nicht so richtig geil. Ich weiß jetzt nicht, ob man das selber reparieren kann oder ob man irgendwo hin muss dafür. Das ist mir jetzt auch nicht so. Schauen wir doch mal nach, was wir an Sachen dabei haben. Man benutzt weiter das Schwert und wenn es hinüber ist, ist es hinüber. Ja, also, wie du siehst, von 50 auf 0 Angriffsstärke. Das ist nicht mehr so richtig gut. Aber dafür lässt es sich schneller schwingen als vorher. Das ist was. Naja. Was mit meinem Dolch? Ja, komm, dann muss es wohl der Dolch sein. Ja, ist ja schade jetzt. Was ist mit dem Heini hier los? Der ist mir irgendwie sympathisch. Das mit dem Pfeil im Auge sieht nicht gut aus. Nee. Sollte man nicht im Auge behalten. Aber er atmet noch. Ich wollte gerade sagen, hau doch mal drauf. Nee. Vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Dahin ist ja ein Nebel. Wahrscheinlich kommt danach halt irgendwie eine Art Boss oder sowas. Ich würde mal tippen, der Typ kommt mir gleich zu Hilfe. Ich fände es auf jeden Fall ziemlich geil. Soll ich mal drauf hauen? Du. Oh oh. Das funktioniert. Leuten auf den Kopf hauen, funktioniert. Ja, aber das ist auch gar nicht so geil. Schön, dass ich sprinten kann. Tschüss. Ich gehe mal in den Nebel. Peace, Alter. Er wollte doch einfach nur da sitzen. Ach, der kommt mit. Der kommt auch noch mit. Der kommt mit. Der kommt mit durch den Nebel. Wo ist der Heini jetzt dann doch? Hinter dem Nebel geblieben? Nein. Da ist es passiert. Genau das war ja klar. Wobei, ich habe es gerade festgestellt, das war jetzt in dem engen Gang, war es wieder doch ganz gut, eigentlich nur so einen kleinen Pille-Mann durch zu haben, weil man nicht an der Wand hängen bleibt. Lass mich doch mal in Ruhe. Du bist wie so einer, der an den vorbei rennt einfach dann, ne? Auf gar keinen Fall. Viel Zeit gespart, viel Ärger gespart. Das kann auch nur so oft funktionieren. Ich schwör's dir, die sind ja alle auf den Fersen. Und wenn die Leitern klettern können, dann bist du am Arsch. Genau, sie können Leitern klettern, das meine ich. Aber ich zeige jetzt den Fire-and-Forget-Effekt hier. Einfach rein. Sandwichen lassen von ganz vielen Leuten. Das ist genau das, was ich meine mit, du kannst nicht einfach an denen vorbeilaufen. Das geht nicht. Nein, das war keine gute Idee. Mit dem kleinen Schwert noch dabei. Das ist genau das, was ich meine mit, du kannst. Vielen Dank.